. Bremerhaven denkt groß. Deshalb hat man im Rathaus entschieden, die Innenstadt mit etwas Großem zu verschönern, sehr großen Blumenkübeln. Die gesamte Lokalpolitik ist überwältigt. Das ist eine ästhetische Volkkatastrophe. Das sieht nicht schön aus, das sieht nach großem Abfallbehälter aus. Vor drei Jahren haben sich die Regierungsparteien von CDU, SPD und FDP gemeinsam diese Verschönerungsidee ausgedacht. Uns wurde mal ein Katalog vorgelegt. Da waren auch solche Dinger mit drin. Wir haben damals nur angemerkt, dass die sich von der Farbsch dem Pflaster des Theodor-Heuss-Platzes anpassen sollen. Dass die diese Dimension haben, war uns nicht so richtig bewusst. Als im November die imposanten Blumenkübel mit 1,20 Meter Höhe und über zwei Meter Breite aufgestellt wurden, hat sie zunächst niemand bemerkt neben dem Weihnachtsmarkt. Aber dann ... Nach dem Abbau des Weihnachtsmarktes fiel dann auf, dass diese großen Kübel stehen geblieben sind. Ich hab erst gedacht, das wären Sicherungsmaßnahmen vom Weihnachtsmarkt, die noch abgeräumt werden müssen. Ich hab gedacht, diese Kübel sollen theoretische Anschläge wegen des Weihnachtsmarktes abwehren. Und auch die Bremerhavener Bürger entdecken plötzlich die neue Zierde in ihrer Innenstadt. Und haben sie auch gleich in ihren Lebensalltag integriert. Nicht schön. Diese sind doch hässlich. Zu mächtig, zu groß. Ich denke, auch wenn sie mal begrün sind, sind sie auch nicht schöner. Und das Schöne ist, diese aufsehenerregenden Gefäße schmücken jetzt die Innenstadt für kleines Geld. Nur 45.000 Euro für sechs Blumenkübel. Im ersten Augenblick erschrickt man ein wenig, weil das Grau doch sehr nichts sagen ist. Aber wenn man weiß, was für eine Bepflanzung drin ist, ist das Grau eigentlich eine schöne Farbe, wenn man viel mitmachen kann. Dieses verstörend schöne Mausgrau ist so vielseitig. Gartenbaudezernentin Mandy Karte-Häppner erläutert das Besondere an diesem Farbton. Sie fallen nicht auf. Für Menschen, die schlecht sehen oder starken Nebel haben, ist die Gefahr, dass mal jemand gegenläuft. Die Bremerhavener lieben ihre Blumenkübel jetzt schon. Und wollen sie unbedingt auch an anderer Stelle. Diese Kübel sollen wohl umgestellt werden in den Hafenwelten. Wobei die da genauso hässlich sind. Schön wären sie aber auch als XXL-Aschenbecher am Hauptbahnhof. Oder als Wellenbrecher im Hafen. Diese Blumenkübel sind so vielfach einsetzbar. Hat diese Sendung wirklich so stattgefunden? Oder ist alles völlig frei erfunden? Existiert Christian Ehring wirklich? Oder ist er nur ein Hirngespinst von Friedrich Merz? Die ganze Wahrheit erfahren Sie in der ARD-Mediathek. Das Ergebnis wird Sie verblüffen.